Was ganz wichtig auf der Wiesn ist, ist natürlich das Dekolleté. Das heißt, das ist ja schon mal ein Dekolleté. Da kann man schon mal gucken, Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer. Vor allem Zuschauer, guckt euch das mal an. Ja, und man sollte dann auch darauf achten, wie man die Schleife bindet. Wie hast du sie denn gerade gebunden? Ja, ach so. Wir können das jetzt ganz unauffällig filmen und können das nicht kommentieren oder wir sagen jetzt was dazu. Oder wir sagen nichts dazu. Dann sagen wir nichts dazu und lassen das Bild einfach mal wirken. Wie ist es denn bei dir? Wurdest du da angefragt, auch ins Haus zu gehen? Oder wieso sieht man dich dort eigentlich nicht? Ich hätte dich dort gerne drin gesehen. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber vielleicht gibt es noch die ein oder andere Überraschung dazu. Ach so, das heißt, du darfst gar nicht so viel vielleicht dazu sagen. Aber wenn du jetzt gefragt werden würdest, würdest du dann einziehen? Unter uns? Hmm Okay.